Falls Sie noch Fragen zu unserer digitalen Zahnvorsorge haben, vereinbaren Sie gern einen Kennenlerntermin bei Videosprechstunde oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Die Videosprechstunde als neue Kommunikationsplattform bietet uns einige interessante Möglichkeiten. Wir können uns kennenlernen, den Ablauf des Konzepts besprechen und Ihnen vorab zum Beispiel unseren Gesundheitsfragebogen zuschicken. Ohne zusätzliche App und sicher in Bezug auf den Datenschutz. Nutzen Sie also gern die Möglichkeit und vereinbaren einen Termin für ein Vorgespräch.